Hallo, schön, dass du wieder reingeschaltet hast, hierzu am neuen Video und ich werde mit dir heute nochmal die News durchgehen und zwar ganz kurz, keine Angst, das wird nur ein ganz kurzes Infovideo. Nämlich, Branvens Bazaar hat drei neue News, die ich euch ganz kurz vorstellen will. Den Link zu Branvens Bazaar, das ist der Online-Shop von Midgard, findet ihr unter dem Video in der Infobox. Und es gibt Neuigkeiten, das erste ist, dass es Online-Tutorials gibt, natürlich. Ihr findet hier auf Branvens Bazaar in der News vom 4. Mai Links zum Midgard-Forum, werde ich auch nochmal unter dem Video verlinken. Dort kann man Online-Runden dauerhaft anbieten, dort gibt es auch Tutorials, unter anderem meine Videos, aber auch schriftliche Tutorials. Es gibt viele Leute, die gerne PDF mögen oder eher lieber lesen und Roll20 zum Beispiel als PDF-Tutorial sich angucken wollen oder meine Sachen, wie gesagt, als Tutorial. Und dort findet ihr auch Spielrunden, da findet ihr dann den Verweis zum Discord von dem Midgard-Forum und so weiter. Das findet ihr alles hier in der News vom 4. Mai. Wie gesagt, ich verlinke euch die drei News alle unter dem Video. Dann die nächste ist, die Midgard-Gratis-Geschichte ist so wahnsinnig gut angekommen und jetzt hier anlässlich zur Conspiracy, die in die dritten News kommt, ist es nochmal gratis zu bekommen. Das Grundregelwerk und das Magie-Regelwerk, also das Arcanum bis zum, ich weiß jetzt gar nicht wie lange, aber jetzt im Moment auf jeden Fall noch gratis. Und es gibt Anleitungen, wie man Material von alten Editionen, wie Midgard 3 und 4, auf 5 konvertieren kann, aber das gibt es schon ewig. Ich möchte es nur nochmal für euch als Information geben. Findet ihr alles in der zweiten News unter dem Video in der Infobox. Und das dritte ist dann diese Conspiracy. Das ist so ein Online-Event, so eine Online-Con, bei der halt, das ist quasi, da werden ganz viele Spielsysteme gespielt. Ihr seht hier in der Info, dass auch Maya Stritter von den Orkenspaltern dabei ist und ganz, ganz viele andere. Das wird, glaube ich, von Pegasus ausgerichtet, mehr oder weniger. Auf jeden Fall ist es so eine Online-Con im großen Stil und ihr findet alle Informationen dazu hier. Und anlässlich dazu gibt es ja auch nochmal das Midgard-Regelwerk als Gratis-PDF. Und ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr gut angekommen. Ich weiß, dass nach der ersten Aktion, in der die PDFs gratis waren für euch, die jetzt mittlerweile abgelaufen ist natürlich, aber waren innerhalb der ersten 5, 6 Tage schon mehrere hundert, fast tausend Aufrufe und Downloads. Und ja, das funktioniert auch ganz gut. Und ja, ich denke, dass das Midgard auf jeden Fall sehr, sehr viel weiterhelfen wird. Das war es von mir mit den News. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst mir doch gerne ein Abo und vor allem einen Daumen nach oben da. Ganz wichtig sind diese Daumen, weil dann erkennt YouTube, dass das Video interessant ist. Und nicht nur, dass das Video interessant ist, sondern auch, dass der Kanal interessant ist. Und vor allem, das ist das Wichtigste, dass das Thema Rollenspiel, in dem wir uns bewegen mit den ganzen Hashtags und so weiter, dass das auch von Interesse ist und dass dann YouTube das höher rankt. Also deswegen gerne Daumen nach oben und Abo da lassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Und ciao.